Der erste symbolische Spatenstich ist vollbracht und das heißt auch für den Straßenbau, nun kann es losgehen. Deshalb beginnen auch gleich am Montag die Bauarbeiten für die Erweiterung des Gewerbegebiets Brandterei. Das Gewerbegebiet entlang der Oldenburger Straße, die alte B210, in Richtung Zubringer zur Ortsumgehung soll wachsen. Das Gebiet wird um 10 Hektar erweitert, fast 10 Prozent davon wird allein die geplante große Tankstelle mit Restaurant beanspruchen. Doch es gibt schon jetzt viele weitere Interessenten. Aktuell liegen Reservierungen von zwölf Firmen vor.